Sein ganzes Leben hat ihn auf diese Suche vorbereitet. Heute hast du verloren, Kleiner. Aber das muss dir ja nicht gefallen. Und am Donnerstag beginnt die Jagd. Der heilige Gral, Dr. Jones. Doch für dieses Wettrennen... Gnabst du, dass der Gral wirklich existiert? ...ist ein Jones... Junior! Bitte nenn mich nicht so. ...nicht genug. Die wollen uns wohl umbringen, Bobby! Ich weiß, Vater! Unsere Situation hat sich nicht verbessert. Das Abenteuer... Dr. Jones? Ja? Ja? ...hat wieder einen Namen. Und das nennst du, Archäologie? Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Am Donnerstag um 20.15 Uhr in Sat.1.